Der Puppe ist ein bisschen warm, würde ich mal sagen. Ein bisschen. Oh, jetzt hätte ich richtig Hunger auf gegrillte Puppe. Wenn ich das so sehe, dann kann ich gerade mal so eine gegrillte Puppe essen einfach. Ich fühle mir Ketchup oder Senf oder so. Mhh, schmeckt sehr lecker. Ja, aber noch gut, machen wir weiter. Oder gegrillte Puppe am Dönerspieß, das ist auch schön. Nein, Bremsen, oh verdammt. Feuerwasser, Feuerwassersturm, hier, ne? Kennt ihr doch als Kind, Feuerwassersturm, mhh, Mensch. Keine Spiele. Nur ich sitze gerade, ich kann jetzt nicht keinen höheren Ort aufsuchen. Ich frage mich, ob ich noch Gold kriegen würde. 1600. 1600. Hm. Ich lasse mal die Toilette entscheiden, ob ich neu mache oder nicht. Oder den Sand wiederhole oder nicht. Die Entscheidung der Toilette werde ich euch gleich dann sagen und bis gleich. So, ich war gerade auf Toilette und, ja, die Toilette hat gesagt, Alter, du bist so schlecht. Du bist so ein Noob, Alter. Mach das gefälligst doch mal, sonst lasse ich dich nie wieder in mir scheißen einfach. Ja, und dann muss ich einfach, muss ich einfach nachgeben, da, weil wenn ich nicht scheißen kann auf Toilette, dann, ja, bin ich schlecht. Ist halt die einzige Toilette, ich, ich habe auch keine Wohnung mit, mit drei Badezimmern oder so, das, deswegen muss ich das einfach mal nochmal machen. Oh, das sieht sehr gut aus. Sogar sehr gut. Oh, 1300 Punkte, Mensch. Das war da sehr schön. Sehr schöne Vorstellung. Jetzt hätte ich, jetzt hätte ich richtig Bock auf ein Vollbad, Alter. Oder, oder, so mal schwimmen gehen, weißt du. Einfach mal ins Neptun-Schwimmbad, weißt du, da hätte ich mal Bock drauf, wenn man das so sieht. Los, Alter, komm, los, Alter, komm. Oh, neun Rüge. 1400. 1403. Ah, das sieht sehr gut aus. Ich muss mir erst mal eins... Wieso immer noch Silber? Sag mal, was muss man denn für Gold machen, Alter? Das ist schon die Toilette schuld, glaub mal. Da ist die Toilette schuld. Hm. Wie jetzt? Ring of Fire, ey. Was? Wieso ist hier denn nix? Hä? Ich weiß, das muss ein Bug gewesen. Das muss ein Bug sein, einfach. Ich hab das doch eben gemacht. Und hab mir Silber abgeschlossen. Aber da kann ich mir die Toilette schuld geben. Hm. Nein! Kein Feuerwasser. Aber der Puppe ist wenigstens warm. Ist ja Winter, aber jetzt, naja, so gut wie. Also dieses Jahr ist irgendwie gefühlsmäßig kein Winter irgendwie, keine Ahnung. Aber, naja, das... Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Yes! 1.500, Mann. So muss das. 1.600, Mann, schaffen. Wieso, wie zur Hölle soll man das denn schaffen? Haben die gelitten? 1.612, Mann, schaffen. So haben die gelitten? Ich hab doch alle, alle Ringe gemacht und alles. In einem Durchgang, oder? Wir haben einen, in einem Durchgang, aber ich hab, ich hab ja schon 1.200 noch Watt geschafft. Hm. Und ich hab alle Ringe getroffen. Wieso man das denn schaffen? 1.600. Wie soll das geben, bitteschön? Das ist auch gelitten. Ne. Wie hab ich jetzt, bitteschön, 1686 geschafft? Warum? Der Wesen kann die Toilette jetzt nicht mehr meckern. Jetzt kann ich der Toilette sagen. Ey, du bist voller Noob, Alter. Du bist voller Noob, Mann. Auch nicht wird das jetzt gewertet, hier, ne? 1.794. Ich hab' immer geschwunden, ob man das gehört hat. Du hast ein Mikro. Schmeckt geil, die Dinger, ne? Rocket Stunt. Ja, bestimmt der Rocket Launcher, weißt du. Ja, natürlich sind die, die, die ist einfach, die Amis sind wieder, ach nee, geht ja abwärts. Habe ich halt zu spät gemerkt. Allzheimer. Egal, was ich sag, egal, was ich falsch mache, ich... Einfach Alzheimer. Field Goal. Alter. Na, das kann ja gesund werden, aber... Erstmal machen wir wieder ein Rennen. Es geht am Mount... Dread Mist. Ja, der Dread ist Mist, wieder, ne? Das... Ja, ist einfach... Die Strecke ist Mist. Das ist... Das, äh... Wenn das schon da zu lesen ist, dann... Na gut. Na gut, das haben wir ja schon gelesen. Der Dread ist Mist. Die Strecke ist Mist, kann ich mir vorstellen. Und... Würde eigentlich zum Klo passen, weißt du. Da gehört ja eigentlich Mist rein. Du gehörst auch rein. Genau. Alter, hab fast geschrottet. Oh. Den hab ich auch einfach mal so... Weggeklöppelt. Bam. Ah. Mensch, ich muss... Also die Reifen, die musste ich mitnehmen. Die, die... Die gab's ein Dutzend billiger einfach. Die musste ich mitnehmen. Flieg, Puppe, flieg. Flieg, Motorhaube, flieg. Na, flieg, flieg. Brave Motorhaube. Mensch. Jetzt muss die Motorhaube... Aber lecker, die kriegen. Weil die brav geflogen ist. Schön, der Stunt. Sehr gesund. Achter... Boah, zwei, drei Runden. Zwei bis von drei Runden. Kann ich nicht mehr so viel rumeiern. Alter. Lass uns mal die Reifen in Ruhe. Die Reifen kannst du später noch, äh, klar machen. Du brauchst ja schon vier Reifen. Also, was ist so. Oh, da verstehe ich mein Auge nicht. Ah, mein... Meine... Mein... Mein Verdeck ist verpackt. Und der ist einfach mal auf der Seite und... will sich nicht von mir trennen lassen. Mein Verdeck ist verpackt. Ach, aber... Tiii... Das sieht ja lustig aus. Das sieht ja witzig aus. Das zittert Hammer. Bist du auf Alkoholanzug, du Verdeck, oder wat? Oh, jetzt hab ich's verloren. Naja, gut, Dritter. Jetzt hab ich schon wieder die Dritten. Ich hab doch keine Haftcreme, alter. Mensch. Ich brauch doch Haftcreme, wenn ich die Dritten hab. Außer... Außer... Außer, ich bin 24. Wenn ich jetzt schon die Dritten hätte, dann müsste ich aber sehr, äh, sehr viele, äh... ungesunde Sachen fressen einfach. Erstmal haben wir mal einen Konkurrenten gekuschelt. Erstmal fliegen gehen. Die eine Kiste hat, äh, die ist geschwebt. Hat man gesehen. Und ich nehm einfach mal einen Zaun mit. Im Wagen. Ich weiß doch nicht, wie das gehen soll. So einen ganzen Zaun durch ein Auto so. Aber, äh, im Spiel, ich weiß auch nicht. Komma. Jetzt der Zaun endlich mal weg. Der Maschentranzaun, der Wut, der mag, der, der mochte mich halt zu werden. Wird hier alles fliegen lassen, Alter. Müsste man so mal einspielen? Das ist ein bisschen... Kann ich ja nicht machen wie der GEMA! Ah! Aber da kann man sagen, da kann man sagen, geh mal da hin. Ich weiß, der Witz war schlecht, aber... Alter.